Ich komme jetzt rein. Scheiße! Wieso sind Sie hier? Ich habe meinen 85 Jahre alten Vater beerdigt, der Selbstmord begangen hat. Wir bedauern Ihren Verlust ausschauordentlich. Danke sehr. Das bedeutet mir sehr viel. In der Nacht seines Todes hat die Familie also den Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Vorvaters Tod? Oh, die war toll. Meinen Sie, ob einer von uns ihn umgebracht hat? Nein. Was der Familie ihn umgebracht hat. Wer zum Teufel ist das? Mr. Blanc ist Privatdetektiv von hohem Renommee. Sie sind berühmt. Sie erleben mich als respektvollen, ruhigen, passiven Beobachter der Wahrheit. Gib mir dein schwieriges Lachen sonst wohin. Nein, Marta. Ich vermute, Fremdeinwirkung. Ich denke, es gibt da etwas, das Sie mir erzählen wollen. Was? Was? Ja. Nein. Nein. Sag du es ihr oder ich werde es tun. Sie werden also weiter graben. Wirklich, jeder kann lügen. Alles wird gut ausgehen. Ich habe keinen Verdächtigen ausgeschlossen. Ich habe keinen Verdächtigen ausgeschlossen.